Die IHK Limburg ist eine von 79 Industrie- und Handelskammern in Deutschland. Die IHK Limburg hat eine einzigartige DNA. Sie ist nah an den Unternehmen dran. Sie ist sehr, sehr flexibel aufgrund der Größe und der Schlagkraft. Die IHK vertritt die gemeinsamen Interessen ihrer Mitglieder, fördert die Unternehmen mit vielfältigen Leistungen und bildet die Menschen in der Ausbildung oder als Fachkräfte. Getragen wird sie vom ehrenamtlichen Engagement der heimischen Unternehmerinnen und Unternehmer. Sie ist eine Plattform, auf der sich die Unternehmen austauschen, informieren und miteinander kooperieren können. Gemeinsam ist man stärker. Mit ihren Partnern in der Region arbeitet die IHK Limburg daher eng zusammen. Besonders in schwierigen Zeiten, gerade in der Pandemiezeit, ist es für mich ein wichtiger Punkt, dass alle Interessensgruppen zusammenhalten, gemeinsam an einem Strang ziehen, um, dass wir die Pandemie schnellstmöglich hinter uns bekommen und uns wieder den schönen Dingen des Lebens widmen. Mehr für die Region heißt Zusammenstehen, Zusammenhalt. Heißt, wir sind gemeinsam in der Lage, gerade auch in dieser Zeit, zeigt uns das, Gutes zu bewältigen und nach vorne zu schauen und natürlich mit Willenskraft und Stärke die Wirtschaft auch in Zukunft noch nach vorne zu bringen. Eine starke Wirtschaft ist wichtig für eine lebenswerte Region und eine gute Zukunft ihrer Menschen und Unternehmen. Gemeinsam mehr für die Region.